Hi und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. In unserem heutigen Video erklären wir dir das Graduierungssystem im Taekwondo. Nicht vergessen, abonnier vorher unseren Kanal und nun viel Spaß beim Video. Das Taekwondo-Graduierungssystem ist simpel zu erklären. Es besteht aus sechs Graduierungsgruppen. Gruppe 1 sind die Anfänger, also vom weißen Gürtel bis zum grünen-blauen Gürtel, gefolgt von den Fortgeschrittenen mit dem blauen bis zum roten bzw. braun-schwarzen Gürtel. Anschließend kommen die Leistungsdarmengrade vom ersten bis zum dritten Darmengrad. Im Anschluss an die Leistungsdarmengrade und hierher kommen die Lehrdarmengrade, also vom vierten bis zum sechsten Darmengrad. Und dann natürlich, nach dem Lehrmeistergraben, kommen die Großmeister-Graduierung ganz besonders aus. Nämlich die Graduierung von sieben bis neun. Und ganz oben an der Spitze steht der WT-Präsident, also der World Taekwondo-Präsident mit den zehnten Darmengrad. Der zehnte Darmengrad ist ein Ehrendang und wird nur dem WT-Präsidenten verliehen. Ich hoffe, ich konnte mit der Aufklärung weiterhelfen und würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschauen würdet. Nicht vergessen, abonniert nochmal unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020